ein erstes mal endlich außerhalb des plateaus und dieses gefühl ist super stein war nicht geplant da vorne scheint ein anderer gegner zu sein und nächster schott nehmen seine waffe weg nein hier sind zu viele gegner um mein gott notfallplan notfallplan fehlgeschlagen oh hallo reisender ok warte mal ich bin an einem schrein vorbeigelaufen ups er rennt zum bein will ich machen gehen wir runter das sieht mir so aus ob hier wir den paraglider bräuchten da kam das war es nicht und jetzt der rauch was hat der rauch da hinten wird es für einen sinn finden wir es daraus ein kleines mini lager eines reisenden und Oh, dann. Hm. Patsan. Patsan. Wo ist das? Ich glaube, ich muss alles mal mehr. So viel, trotzdem geil. Es ist etwas zu gut. Man sieht nicht mehr, das ist ein zu kaputt. Ja, das ist gut. Woher zum Beispiel? In die Hand? Sammelz. Eine Pizze. Einmal arm. Einmal, ich spieß vielleicht noch. Okay. Dann. Es ist. Es ist vielleicht. Aha. Bitte was? das müsste dann erst mal reichen da ist eine höhle mache ich der schaut war gut dann nach oben als ob ob das jetzt nicht geklappt hat dann mache ich es halt selber oder datenschwert nehme ich ich mag dieses spiel sehr ich mag dieses spiel sehr der mittlere turm wird spannend welcher mittlere sturm meinst du jetzt meinst du jetzt den schloss hiro oder wie oder meinst du jetzt ja der der beim schloss wird witzig was nicht der wo die ganzen wächter drum waren oh gott ja ja ich erinnere mich oh gott Martti war anders in der lübez da hochklettern wirst du einfach von fünf seiten an gezielt so wie bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb biegst du nur so bitte geht weg oh mein gott ich möchte nicht mehr hier sein das komplettes trauma komplettes trauma alter ich sagen von vorn ich auch ein trauma habe dies noch mal die ganz großen dungeons wie sind die noch mal hat den namen von denen vergessen titan ja elekt also donna titan komplettes trauma vom boss fight donna titan komplettes trauma vom boss fight ich mache den auch als letztes deswegen titan alter oh mein gott donna titan komplettes trauma gehabt bei dem du gehst da in diesen boss fight rein und der macht dann einfach ein auf dragon ball ist in der millisekunde vor dir klatscht dich wanted gefühlt um und du denkst nur so was ist passiert glaube ich habe für den zwei stunden oder so gebraucht oh mein gott was ist da gerade passiert den sturz hat niemand gesehen ich habe tatsächlich es geschafft im ersten den sturz hat niemand gesehen erstmal kurz vorm ende als den foto modus gefunden musste man da nicht in dieses dorf mit der einen foto tante die übel aussieht wie ein zehnjähriges kind aber 50 jahre alt ist hat den institut guten tag zehnjähriges mädchen bruder da wirst du auch über früh da kommt doch über früh eigentlich hin eins meiner lieblingsorte to be honest jetzt kurz testen kann ich das verbrennen lassen dieses mein letzter fall drauf ne kann ich nicht fuck ich hole mir ein pferd du siehst du hübsch aus ich will dich nimm mich das ding da hinten noch umbringt jetzt erstmal das hier nimm mich nimm mich nimm mich nimm mich nimm mich reicht nein 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 komm her komm her ah ja komm hopp komm steil das fährt okay wie nennen wir das fährt ganz simpel felix du bist mein erstes fährt komm mit felix ich geb felix erstmal ab und rennt macht den schrein erstmal da kann ich felix eh nicht gut gebrauchen fuck nicht dein ernst oder wieso bin ich überhaupt auf diesen turm gegangen na egal let's go warte mal jetzt mal wirklich wieso bin ich auf diesen turm gegangen ich meine oh Gott Idiot ich bin ein Idiot ich vergesse das Eismodul manchmal so ich geh da hoch ich glaub nicht dass man das so machen soll dass man da hoch geht selber ich mach's aber so müssen wir erstmal gucken okay 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 direkt geschafft so ja leicht an die kiste dann hier rein und haben wir den 17 schreien des games beendet aber hey felix zwar kannst du kein breath of the white zocken aber ich kann auf dir reiten doch auch etwas oh no oh ne bleib stehen felix wir müssen jetzt mit ihm reden okay ich hol mir sein ich wir holen ihm seine rasseln zurück ich kümmere mich drum ich glaube mit dem boomerang kommen wir nicht weiter das schwert scheint mir da schon logischer ach man der bogen ist schrott okay easy die rasseln jetzt kommen wir ins gespräch dieser geruch kroxam du du hast kroxam von den kindern des weides bitte vergrößern meine waffentasche wir skippen das yes dadamda elix ruhig keiner war das nicht der battle schrein wo ich die battle tactics lerne let's go jetzt war es wer hat auch das gerüst aber ne ich rüste glaube ich den kein geibiet sein aber es war jetzt der bot ne ey oma mach mal auf oh jetzt kommen witzige dialoge ein mann oh nein oh der shika stein seid ihr einfach der von den großen mama immer spricht le le ich hab es vergessen ehrlich ich bin nur etwas nervös ich heiße papaya wo endlich ist es draußen man sollte meinen dass ich in der lage wäre meinen eigenen namen zu sagen tut mir leid schon seit ich klein war hat meine großmutter von euch erzählt bitte geht hinein meine großmutter sie wartet schon auf euch wir müssen witzige dialoge bringen link diese schamlose kleidung bitte zieht euch doch irgendwas an dann halt nicht dann halt nicht du bist also endlich erwacht link hallo tantchen das königreich von hyrule wurde seit uralten zeiten immer wieder von einer unheilbringenden verheerung namens garnern heimgesucht um diesen fehler nicht wieder zu wiederholen hinterließ die prinzessin dir die folgende worte befreie die vier titan ok felix wir hauen ab nee das war so ein turm der hat hier nur turm ok ich glaube da werde ich jetzt nicht springen sondern versuchen in einem stück hoch zu kommen es wird gerade daran gearbeitet ich sterbe deswegen und dieses theme ist absolut wunderschön das ist schon das aus gewesen oh nee muss doch noch einen hoch oder nicht hat er noch ein institut guten tag zehnjähriges mädchen holen hurra ok ok Musik Musik Mehr Zeit rausholen, um mehr Spielstunden zu bekommen, hätte man nicht können, oder? Und jetzt... Zack Gehen wir rein Und damit drehe ich jetzt die letzte App, das Fotomodul Und damit auch die zwölf Orte, an denen wir die Erinnerung finden können Und ein Handtuch Jetzt kann unser Handy auf ein Foto schießen Jetzt speichere ich mal einfach ab Immer zweimal sicherheitshalber Und... Beende das dann hier Und ich würde dann auch sagen, wir beenden den Stream hier Ich danke euch für die nette Zeit Wir zocken wahrscheinlich ein bisschen weiter Bisher geiles Streaming-Projekt Und ja Bis dahin Tschüss Tschüss Und ich würde dann auch mal sehen, wir 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 sehen Vielen Dank.